Hallöchen und... Diese verkackte Anmohr, Alter, leck mich. Hallöchen, YouTube, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bedos. Und ich hoffe, sie wird euch gefallen. Und heute spielen wir mal auf der Map Ragna. Ja. Was gibt's da mehr zu sagen, außer dass ich diese Map eigentlich hasse? Äh, ich glaub, ich hab die letzten 10 Runden hier drauf nie mehr gewonnen. Weil immer irgendein Wichser aus der Mitte meinte so, ach komm, ich spamm mal mit dem Bow. Deswegen, ich find, dass die Mitte einfach viel zu viel Gold spawnen lässt. Irgendwie so. Legge ich so oder lege ich so? Ich glaub, sie leckt so. Denn ich bin komplett freien. Sie denkt sich jetzt auch nur so, Heckre! Äh! Gut, die anderen sind alle auf ihre Nachbarn gegangen. Genauso wie ich. Und, ja. Und, ja. Komm. Wir sind gleich auch in der Mitte. Und dann snack ich mir mal Gold. Und dann mach ich das mal so wie die anderen. Nämlich einfach aus dem Bow. Nein. Wär dann langweilig für euch. Sonst würd ich's wirklich so machen. Am liebsten einfach so den Rennies mal zurückzahlen. Was die Instant so machen. Ragnar. Nach Mainz. Ich hab 8 Gegner und ich bin alleine. Erstmal spammen. Richtig dumm. Aber das machen die wirklich instant. Die gehen in den Müll. Denken sie so, alles klar. Gold, 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 gold. So wie der liebe Mann. Plays mal Kills schreit, der nimmt sie weh. Schreien die Verschicht zu Hause dann so rum. Gold, gold, gold. Amina, amina, gold. Und dann, denke ich mir so. Alles klar. Was soll der Scheiß? Aber, naja, sind halt Abfucker und Rennies in einem. Kann man auch nix machen. Sind halt von Natur aus blöd. So. Ach Gott, der ist auch noch halbwegs gut, der Blaue, glaub ich. Warum auch immer ich mir jetzt zweimal in die Mitte gebaut habe. Ich dachte mir so, ach nee, jetzt dahin zu gehen wäre dumm. Wobei ich das gar nicht so dumm finden würde. Wollen wir mal ein paar Killstealen. Finde ich persönlich sogar eigentlich nice. Nice Code by Ramerji Kodi. Da habe ich gesagt, dass der ein One-Shot wird. Bye, bye. Habe ich gesagt, dass ich eine Rettungsplattform gebraucht habe, verbraucht habe? Ja gut, das habe ich, aber... Oh Gott. Who cares? Ich bin ein Hexer. Aniklas der Hexer. Leute, ich soll aufhören treten. Bitte soll ich das tun. Also... So. Erstmal alle Hosen abbauen. So viel Liebe auf dieser Map hier. Oh, eh, eh, eh. Und dann gehen wir uns mal... Orange wurde sogar vernichtet. Opfer. Dazu sage ich nur Opfer. Du bist nicht so gut wie ich. Du kannst doch nicht. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Immer an diese Leute, die glauben, sie könnten mich suiciden. Und er verlässt. Finde ich schade. War eigentlich ein super Player. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hat super gespielt. Hat sich auch super nicht aufgeregt. Und deswegen ist er auch super. Gar nicht gerage quittet. Muss man ihn mehr lassen. War Hu in so einer Aktion von mir. Komm, das war doch geil. Witzendlich, das ist gelb. Das ist gelb. Leute. 10er PSC, dass ich verkacke. 10er PSC, dass ich jetzt immer noch verkacke. Nein, Scherz. Wenn ich jetzt verkacken würde, dann würde ich mich selbst, mir selbst einen Strick nehmen. Ist halt mies gelaufen, mein Lieber. GG. Erstmal wieder Werbung machen. Ja. Und das war's mit dieser Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Und tschö. Mit Ö. Jetzt ist es heute. Ja.